Als nun Jesus in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen, trat zu ihm eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit kostbarem Salböl und goss es auf sein Haupt, als er zu Tisch saß. Da das die Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen, wozu diese Vergeudung? Es hätte teuer verkauft und das Geld den Armen gegeben werden können. Als Jesus das merkte, sprach er zu ihnen, was bekümmert ihr die Frau? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt alle Zeitarme bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Dass sie dies Öl auf meinen Leib gegossen hat, hat sie getan, dass sie mich für das Begräbnis bereite. Wahrlich, ich sage euch, wo dies Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Es ist unfassbar und atemberaubend und niemand von Ihnen und von euch hätte das erwartet, als er heute Morgen sich aufgemacht hat, ins Bibelheim zu gehen oder den Sender anzuschalten. Es ist eine Sensation heute am 14.01.2024. Heute ist man Zeuge einer sich erfüllenden Prophetie. Das ist man nicht oft. Das, was Jesus gesagt hat vor 2000 Jahren, wo das Evangelium von ihm gepredigt wird, wo von Kreuz und Auferstehung gepredigt wird, da wird man auch von dieser Geschichte predigen. Das ereignet sich heute. Vor 2000 Jahren hätte niemand gesagt, dass das Wirklichkeit werden kann. Dass auf der ganzen Welt, wo das Evangelium von Jesus gepredigt wird, das war so und so schon mal etwas, was nicht absehbar war, dass aus diesem kleinen Winkel des Nahen Ostens eine Botschaft ausgeht, die die ganze Welt erreicht. Das war nicht absehbar. Aber dass dann auch noch diese Geschichte von dieser beschämten Frau gepredigt wird und sie damit zu Ehren kommt, weltweit, weltweit zu Ehren kommt. Was war passiert? Ehe sich damals die versammelte Schar versah, alle Gäste, die bei Simon, dem Aussätzigen im Hause waren, waren sich schon vor vollendete Tatsachen gestellt. Es ging alles sehr schnell. Es blieb auch gar nicht Raum und Zeit, irgendwie einzugreifen und es zu verhindern. Ehe überhaupt irgendeiner verstand, was da passiert, war schon der kleine schmale Hals des Alabasterfläschchens zerbrochen und das kostbare Öl ergoss sich über die Haare von Jesus. Und es breitete sich dieser unverwechselbare Duft der wertvollen, der äußerst wertvollen Narde im Raum aus. Und nach und nach wurde man sich bewusst, was da jetzt eigentlich gerade passiert war. Das war Wahnsinn. Es gab damals eine Sitte, dass die Ehrengäste ein Tropfen wohlriechendes Öl auf die Haare bekamen. Das war die Auszeichnung, die man den Ehrengästen zukommen ließ, wenn man sie wertschätzte. Wenn man sich freute, dass sie da sind, dann sollten sie einen Duft verströmen. Und da hatte man ein wertvolles Öl und das hat dann der Besitzer, der Hausbesitzer oder der, der eingeladen hat, dann genommen und hat seinen Ehrengast damit ausgezeichnet. Das war Aufgabe des Gastgebers. Und nicht die Aufgabe von irgendeiner Frau, die vielleicht gar nicht mal eingeladen war, die einfach hineinkam und offensichtlich vollkommen die Kontrolle über sich selbst verloren hatte. Was da über den Kopf von Jesus gekippt wird, war ein fünfstelliger Betrag. Sinnlos vergeudet. Das ganze Öl da drauf. So viel verdiente ein Arbeiter im ganzen Jahr. Hätte man mit dem Geld nicht wirklich was Besseres anfangen können? Nur mal ehrlich gesagt, wie viel hungrige Mäuler hätten denn gestopft werden können für den Gegenwert des Öles? Wie viel Armen hätte man denn helfen können mit dem Geld? Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass Menschen in ihrer Emotionalität vollkommen irrational handeln, dann war das hier wie abgemalt zu sehen. War diese Verschwendung etwa im Geiste Jesu? Ich glaube, wir hätten genauso da gesessen wie die Jünger. Wir hätten uns genauso empört. Wir wären genauso empört aufgestanden oder hätten es hinter vorgehaltener Hand getuschelt. Das Ganze schreit doch zum Himmel. Und Jesus sitzt da und schweigt. Sagt gar nichts. Lässt das einfach geschehen. Er schweigt da, wo man eigentlich aufstehen müsste und laut protestieren. Frau, du hast doch den Verstand verloren. Was soll denn das? Dieses ganze Öl auf meinen Kopf. Vielleicht schweigt er ja. So denken sie, um uns zu prüfen. Wir sind ja schließlich seine Schüler. Vielleicht will er nur sehen, wie wir reagieren. Wie wir jetzt in seinem Geiste handeln. Und schon bricht der Protest los. Wer angefangen hat, ob es Petrus oder irgendjemand anders war. Frau, was machst denn du da? Hast du den Verstand verloren? Weißt du eigentlich, was dieses Öl für einen Wert hat? Ein Arbeiter verdient das in einem Jahr. Hast du denn überhaupt nicht verstanden, um was es Jesus eigentlich geht? Hast du denn gar nicht zugehört? Seine Worte, seine Gleichnisse. Da ging es doch immer um die Zuwendung zu den Armen und den Bedürftigen. Und jetzt vergeudest du. Du vergeudest. Im Hinterkopf. War eine Theorie der sozialen Gerechtigkeit in Anschlag gebracht. Und da war das einfach eine einzig sinnlose Handlung, was da passiert ist. Irgendwie scheint das mit diesen Theorien bis heute eine wichtige Möglichkeit zu sein. Der Papst hatte vor kurzem einen Vortrag gehalten und hat einen Hammersatz rausgehauen. Christentum und Marxismus seien sich in ihrem Ziel einig. Papst Franziskus meint bei einer Rede im Vatikan, Christen und Marxisten hätten dieselben Ziele. Es gelte voller Aufmerksamkeit, den Schwachen zu widmen, den Armen, den Arbeitslosen, den Obdachlosen, den Migranten, den Ausgebeuten und allen, die durch eine Wegwerfkultur ausgesondert würden. Ist das nicht richtig? Hat er nicht recht? Wenn das so ist und Marxismus und Christentum eigentlich fast deckungsgleich ist, dann war das tatsächlich ein berechtigter Protest, den die Jünger da angemeldet haben und die Frau öffentlich in den Senkel gestellt haben. Merkwürdig ist nur eins, in der Theorie der sozialen Gerechtigkeit taucht der lebendige Jesus nicht auf. Da brauche ich den lebendigen Jesus nicht. Ich brauche nur einen theoretischen Satz. Nachdem ich zu handeln und zu wirken habe und in dieser Welt etwas tue, einen moralischen Satz, aber den lebendigen Jesus, den brauche ich nicht. Bei dieser Frau aber ist der lebendige Jesus der Dreh- und Angelpunkt ihres Lebens, der, der leibhaftig da in dieser Runde sitzt. In der Theorie der sozialen Gerechtigkeit geht es immer um irgendwelche abstrakten Leute. Man hätte, hätte, konjunktiv, man hätte doch verkaufen können und man hätte doch den Armen, wer es immer auch ist, geben können. Man hätte doch. In der Praxis dieser Frau gab es keine abstrakten Leute, sondern da gab es ein leibliches Gegenüber, nämlich Jesus. Und von dem glaubte sie, dass er der Messias ist. Dass er der Heiland ist. Dass er der Retter ist. Dass er der Sohn des lebendigen Gottes ist. Der alle Armut, alle Schuld, alles Verderben und alle Krankheit für immer zu Ende bringen wird. Das ist er. Und zwar endgültig zu Ende bringen wird. Diese Frau hat nicht viel gewusst von Theologie. Ich glaube das nicht. Die hat nicht Theologie studiert. Die hat sich nicht mit den großen Philosophen und den philosophischen und moralischen Theorien auseinandergesetzt, wie eine Gesellschaft richtig und gerecht und moralisch einwandfrei funktionieren kann. Sie wusste um die Herrlichkeit des Messias. Das war entscheidend. Da ist der, der die unendliche Liebe Gottes darstellt, hineinbringt in die Welt, der Vergebung bringt. Das ist er. Und die Vernunft ihres Herzens hat ihr diktiert, diesem muss die ganze Welt zu Füßen gelegt werden. The world is not enough, so hieß ein James-Bond-Film. Die Welt ist nicht genug, eigentlich nicht genug, um den Wert dieses Mannes zu beschreiben. Er ist es wert, dass ihm alle Ehre zuteil wird und alles, was ich geben kann, alles, was überhaupt wert in meinem Leben ist, das muss ihm gegeben werden, weil er diese Liebe in mein Leben gebracht hat, die ich nirgendwo sonst finde. Wir wissen, dass die Geschichte der Salbung mehrfach überliefert ist. In einer Überlieferung wird gesagt, dass die Frau, die da hineingekommen ist, aus einem alten Gewerbe kam, aus einem Prostitutionsgewerbe, in der man missbraucht wird, in der man gebraucht wird als Gegenstand, als Sexualgegenstand, aber nicht geliebt. Und dann trifft sie einen Mann, dann trifft sie Jesus und sie trifft einen Mann, der wirklich nicht sexuelle Objekte sieht, sondern der sie sieht in ihrem Wert, der ihr vergibt, der sie annimmt, der sie wertschätzt und der ihr die Vergebung Gottes gibt in ihr Leben hinein. Was habe ich denn, was ich ihm Wertvolles geben kann? Da ist dieses große Öl, für das ich so lange gespart habe, das ist gerade gut genug. Arne Kopfermann hat ein Lied, ich habe versucht, es zu finden, ich habe es nicht gefunden. Und wenn es einer zu Hause hat, bitte, ich bin sehr daran interessiert, dieses Lied noch zu finden im Klang. Ich habe es nicht klingen gehört. Er schreibt dort in dem Lied, wann werde ich je verstehen, dass du mich so sehr liebst, Herr, dass deine Nähe mich streift wie ein sanfter Kuss und meine Wunden heilt. Wann werde ich je verstehen, dass du mich so sehr liebst, Herr, und selbst wenn ich falle, mir weiter die Treue hältst. Wann werde ich es je verstehen? Wann werde ich es je verstehen? Liebe, die alles trägt, mein Herz verlangt nach dir. Liebe, die mich bewegt, komm und wohne du in mir. Wann werde ich je verstehen, du hast meine Schuld getragen, du gingst in den Tod, gabst dein Leben für meines hin. Wann werde ich sie verstehen, diese Liebe, die alles trägt. Liebe, die alles trägt, mein Herz verlangt nach dir. Liebe, die mich bewegt, komm, wohne du in mir. Wie weit ist das entfernt zu dieser empörten Reaktion der Jünger? Nee, das war nicht Liebe und kein in Liebe entflammtes Herz, auch nicht zu den Armen. Das war der eisige Hauch von moralischer Verurteilung und Beurteilung, wie wir ihn kennen. kühle Berechnung, Materialwert, was hätte man kaufen können? Das lässt einen geradezu erfrieren. Die gelebte Wirklichkeit stößt auf die gedachte Wirklichkeit. Bei den Jüngern ist alles nur gedacht, alles nur Gedanke. Bei der Frau ist gelebte Wirklichkeit. An die Stelle des herrlichen Duftes, den das Nadenöl verströmt, die Diskussion um den schnöden Materialwert. Es ist so, als wenn ich auch einen Menschen beurteilen würde und sagen, was hat der für einen Materialwert, was hat der für einen Sozialwert? Wir kommen dahin, wir werden das erleben, dass unsere Alten so beurteilt werden. Was haben die für einen Sozialwert noch? Und wenn der Sozialwert unter einem bestimmten Schwellenwert sinkt, dann wird eingeleitet, dass dieser Mensch bitte nicht mehr auf der Kasse und auf den Taschen der Gesellschaft ruht, sondern aus diesem Leben scheidet. Da ist der arme, anwesende Sohn Gottes auf der einen Seite und da sind nur die gedachten Armen auf der anderen Seite. An die Stelle der wirklichen Zuwendung treten die gedachten Zuwendungen, die man im Konjunktiv machen könnte. Und so ist bei der gedachten Barmherzigkeit die reale Unbarmherzigkeit das Ergebnis. Diese Frau wird öffentlich beschämt. Die steht da wie eine dumme, wie ein dummes Mädchen unter all den Männern. Wie ein dummes Mädchen steht sie auf einmal da. Was hast du für einen Blödsinn gemacht? Und jetzt soll sie sich rechtfertigen, bitte, vor diesem hohen Rat der Jünger. Jetzt rechtfertige dich. Eben war sie noch voller Freude und Gewissheit und Liebe und steht auf einmal da als eine, die einen schweren Fehler begangen hat und das legt sich ihr aufs Gemüt. Nein, sie hatte nicht gerechnet. Sie hatte nicht gerechnet, schnell im Überschlag, wie teuer das Ganze ist. Es war nur ein Gedanke. Jesus ist so wertvoll. Jesus ist so viel. Ich muss das Beste geben, was ich habe. Das war ihr Gedanke. Nicht gerechnet. Ah ja, das ist ein Jahreslohn und so weiter und so fort. Wie viel nehme ich da? Besser nur eine halbe Flasche. So wie wir es vielleicht manchmal machen würden. So nochmal berechnen. Nein, das hatte damit zu tun, dass sie ihn erlebt hatte, wie er predigte. So, dass Lasten abfielen. Mensch, toll, Hartmut, wo sitzt du da hinten? Dass du dieses Wort von den Freudenboten zitiert hast, das ja aus dem Alten Testament kommt und von Paulus im Römer 10 aufgenommen ist. Wie lieblich sind die Freudenboten, die gute Botschaft verkündigen. Da, wo das Herz aufgeht, da, wo die Lasten von einem abfallen, wie lieblich sind diese Boten. Ja, man kann predigen, kann man in alle Richtungen. Man kann predigen und kann Menschen in Senkel stellen. Man kann predigen und Moralpredigten halten. Aber das ist nicht Jesus. Bei Jesus haben die Leute aufgeatmet. Sie konnten Vertrauen fassen endlich. Sie konnten auch ehrlich sein. Sie wurden auch ehrlich. Das Nadenöl ist ein interessantes Öl. Das hat gesundheitliche Wirkungen. Ich weiß nicht, ob ich alle entdeckt habe. Aber ein paar habe ich entdeckt, die man dem Nadenöl zuschreibt. Es beruhigt. Es ist angstlösend. Es fördert die Gelassenheit. Es schenkt ermutigendes Grundgefühl. Es heilt Wunden und Entzündungen und ist entgiftend. Ich habe gedacht, ich muss mir mal Nadenöl holen. Scheint irgendwie ein gutes Mittel zu sein. Im Altertum war es wohl so. Es war nicht nur ein charakteristisches Duft, der da erfüllte, sondern das war so wertvoll, weil es eben auch noch kollateral sehr, sehr wichtige Wirkung hat. Dann ist mir aber aufgefallen, darauf kommt es ja gar nicht an, sondern das ist Jesus. Die Wohltat der Nähe Jesu. Bei ihm kommt man zur Ruhe. Bei ihm wird man von Angst befreit. Bei ihm gewinnt man eine neue Gelassenheit und wird ermutigt. Und bei ihm werden Heilprozesse in Gang gesetzt und befördert. Da heilen Wunden, da werden Entzündungen und Vergiftungen der Seele heilsam berührt. Und das ist er. So hat sie ihn erlebt. Und deswegen war er ihr so viel wert. Da gibt es einen, der meinem Leben Wert verleiht, der mich nicht einfach wegwirft, wie eine Prostituierte gesagt hat, als sie gefragt wurde, jetzt haben Sie im Prostitutionsgewerbe schon so lange gearbeitet, was ist denn eigentlich ihr Grundgefühl in diesem Gewerbe? Dann sagt sie, das ist ganz einfach zu sagen. Das Grundgefühl, das ich habe, ist aufgerissen, leergesoffen, zusammengeknüllt und weggeworfen. Wie man es mit einer Cola-Dose macht. Aufreißen, leersaufen, zusammenknüllen, wegwerfen. Das ist mein Grundgefühl. Und hier holt einer aus dem Dreck raus. Hier gibt einer einem neuen Wert. Hier sagt einer, du kannst zu Gott gehören und hast einen Wert bei ihm. Und jetzt schaltet sich Jesus ein. Als die Jünger auf der Moralschiene unterwegs waren und die Frau beschämt hat und sie wie ein begossener Pudel im Raum steht, da schaltet er sich ein. Und er sagt, er lasst sie in Ruhe. Lasst diese Frau in Ruhe. Macht ihr das Leben nicht schwer. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Das war gelebte Liebe. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Nee, nicht in der Liebe, wo dein Bewusstsein dabei ist. Ist gar nicht gemeint. Das ist nämlich nicht Liebe. Interessant ist, dass Jesus im Matthäus-Evangelium am Schluss das letzte Weltgericht so beschreibt, dass die kleinen Taten der Liebe das Thema sind. Ein Glas Wasser, ein Stück Brot, eine warme Jacke, ein Besuch. Und jetzt ist das Interessante, dass beide, die, die es nicht getan haben, und die, die es getan haben, nicht wissen, dass sie es getan haben, beziehungsweise nicht getan haben. Wir wissen doch immer alles. Wenn wir jemandem Gutes getan haben, haben wir es schon notiert. Dann ist das bei uns schon registriert, dass das ja einmal vor Gott vielleicht auch einen Ausschlag geben kann. Aber Jesus beschreibt dieses letzte Gericht so. Da kamen die, die er gerufen hat, kommt her und ererbt das Reich. Denn ihr habt es mir getan. Und da kommen die und sagen, wann, wann? Wann haben wir das getan? Antwort, was ihr getan habt, einem dieser meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Das ist nicht Moral. Das ist einfach gelebte Liebe. Diese Frau hat es mir getan, weil sie mich lieb hat. Nicht, weil sie sich was ausrechnet. Weil sie unverdiente Gnade empfangen hat und unbedingte Liebe empfangen hat. Deshalb interpretiert er diese Salbung als seine Totensalbung. Wow, 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 wow. Der verbindet die mit dem Kern des Evangeliums. Er sagt, die hat mich schon zum Grab gesalbt. Und das heißt, ich bin auf dem Weg, ich werde gekreuzigt, ich werde sterben. Auch für die und ihre Schuld werde ich sterben. Das weiß sie. Gott hat die benutzt, um mich schon zu salben fürs Grab. Am Kreuz hat Jesus nicht theoretisch, sondern sehr direkt und blutig ernst die Armut dieser Welt zum Thema gemacht. Nämlich die eigentliche Armut dieser Welt. Die Armut jedes Menschenlebens, unsere Armut. Und hat sie grundsätzlich gewendet. Wir sind Bettler. Du bist ein Bettler und ich bin ein Bettler. Wir sind arm. Wir können vor Gott nichts bringen. Glaubt das nur nicht. Bettler sind wir. Und die Armut, unsere Armut zu wenden, das ist das Kreuz. Das ist die Botschaft des Kreuzes. Er hat unsere Armut auf sich genommen, damit wir durch seine Armut reich würden. Und so wirklich, wie sich die Prophetie heute vor unseren Ohren erfüllt, nämlich, dass von dieser Frau geredet wird. Ich weiß gar nicht, ob ihr schon mal, sicher habt ihr schon Predigten gehört über diesen Text. Aber heute ist euch das bewusst. Das ist nicht selbstverständlich, dass über diese Frau geredet wird. Überhaupt nicht. So selbstverständlich aber, wie wir jetzt erfahren haben, dass über diese Frau geredet wird. So selbstverständlich und klar ist es, dass dir heute gesagt ist, dass Jesus dein Retter und dein Heiland ist. Und wo ein Mensch das erkennt, da ergießt sich ein Strom von Liebe ins Herz. Wo ein Mensch das erkennt, wird er unter Umständen verrückte Sachen machen. Einer, der solche verrückten Sachen gemacht hat und ein eindrücklicher Film, der über sein Leben gerade erschienen ist und viele haben ihn schon gesehen, ist Philipp Mickenberger. Verrückte Sachen. Verrückte Sachen. Und Philipp Mickenberger ist nicht der Einzige. Shane Claiborne ist ein anderer, der ein Buch geschrieben hat, ich muss verrückt sein, so zu leben. Dinge, die die Aufmerksamkeit auf Jesus richten. Nein, das ist nicht appetitlich, wenn der Philipp Mickenberger sein Hemd hoch hat und man dieses von Krebs zerfressene, offene Loch in seiner Brust dann sieht. Das ist nicht erquicklich. Aber er hat viele Dinge getan, damit der Blick auf Jesus frei wird. Und man ihn erkennt. Damit man weiß, wie wertvoll er ist. Wie wertvoll es ist, zu ihm zu gehören. Wenn wir von der Frau 1 lernen, dann möchte ich lernen, Herr, ich möchte das neu erkennen, wie wertvoll es ist, dich zu haben. Wie wertvoll es ist, zu dir zu gehören. Wie wertvoll das ist, was du am Kreuz getan hast, für mich und für die ganze Welt. Amen. Wir beten. Herr Jesus Christus, wie schnell reihen wir uns ein in die Schad derer, die moralisch verurteilen, die beschämen. Wie schnell sind Urteile gefällt. Und danke, Herr, dass du zu deinen Verheißungen wirklich stehst. Das, was du gesagt hast, war nicht nur so dahin geredet. Tatsächlich ist diese Begebenheit aufbewahrt worden. Tatsächlich wird von dieser Frau überall dort erzählt, wo dein Evangelium gesagt wird. Und tatsächlich kommt sie neu zu Ehren. Wir danken dir aber noch viel mehr, dass sich das erfüllt, was du gesagt hast, dass das Evangelium gepredigt wird allen Völkern. und wir bitten dich, lass uns neu den Wert erkennen, dass wir nicht unter irgendeiner Ideologie, nicht unter irgendeiner anderen Religion, nicht unter irgendeinem anderen Gesellschaftssystem versuchen, unser Heil zu finden, sondern dass wir dich kennen. Nicht das Christentum und nicht die christliche Ideologie, sondern dich, dich selbst. Und danke, dass du verheißen hast, bei uns zu sein und zu bleiben bis ans Ende der Welt. Füll unser Herz neu mit dieser Liebe zu dir und dann lass uns auch für dich da sein aus Liebe. Vater, wir rufen dich an mit den Worten, die uns Jesus, dein Sohn, selbst geschenkt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen miteinander bei dir, Jesu. arena-